Ein herzliches Grüß Gott und schön, dass Du wieder dabei bist. Heute bereiten wir einen Vitamin-Power-Shot zu und die folgenden Zutaten benötigst Du dazu. 25 Gramm Baby-Spenat, 5 Gramm Minze, 50 Gramm Banane, 25 Gramm Kiwi, 75 Gramm Mango, 50 Milliliter Wasser, 100 Milliliter Apfelsaft, 5 Milliliter Limettensaft und 1 Gramm Ingwer. Gib nun alle Zutaten der Reihe nach in den Mixtopf des Thermomix. Stell den Mixtopf in das Grundgerät ein. Drück den Hauptscheider 2 Sekunden, bis das Display erleuchtet. Wenn Du diese Anzeige siehst, kannst Du starten. Vergiss nicht, den Mixtopfdeckel aufzulegen. Tippe nun den linken äußeren Kreis an und drehe so lange am Hauptschalter, bis Du eine Minute eingestellt hast. Tippe nun den äußeren rechten Kreis an und stelle Schaltstufe 10 ein. Hörst Du den Signalton? Ist die gewählte Zeit abgelaufen. Drück den Hauptschalter und nimm den Mixtopfdeckel wieder ab. Nun kannst Du Deinen Schott in ein Glas abfüllen. Lass es Dir schmecken.